Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren. Wir haben hier einen Hund, der für uns das Eröffnungsspiel der Fußball-EM tippen möchte. Es ist Monroe. Ich habe zwei Flaggen vorbereitet. Einmal die polnische und einmal die griechische. Unter beiden Flaggen liegt ein Leckerchen. Und Monroe wird uns nun sagen, welche der beiden Mannschaften heute Abend das Spiel gewinnen wird. Monroe, bitte! Na, na? Ja, Monroe entscheidet sich für Griechenland. Ich bin gespannt, ob das stimmen wird.